Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Master Detective Archives Rank Code. Beim letzten Mal haben wir eine der schlechtesten Theater-Szenen gesehen, die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Die aber zumindest ein ziemlich cooles Ergebnis hatte und zwar eine Leiche auf der Bühne. War zwar irgendwo vorhersehbar fast ab einem gewissen Punkt, aber ich finde es trotzdem cool. Ich finde es trotzdem cool, das heißt wir haben jetzt auch zwei Morde zumindest, in denen wir ein bisschen ermitteln. Aber diese erste kleine Ermittlung hat beim letzten Mal schon abgeschlossen. Ich denke, ich habe jetzt noch ein bisschen geholfen, was ich für heute kann. Ich habe eine gute Idee, wie die Dinge hier arbeiten. Es scheint, dass Cotten tot und sterben von Trinkung und Poison. Aber ich konnte keine Kluge finden, die zu dem, wie es getan wurde. Oh, schon befestigt, Herr Pervert-Detektiv? Wenn du mein liebter Engel-Wesperr zu helfen brauchst, vielleicht solltest du dich auf deinem Nacken zurückkommen. Welcher Engel? Du bist ein Mordgott. Ah, ich sollte nicht noch ein paar Leute, die wir befragen können. Dementsprechend haben wir noch Glück zu tun. Was? Wir haben noch zu tun. Wir haben noch Leute, die wir befragen müssen. Yuma, wenn du mit der Krimszene-Investigation fertig bist, Ja! Warum ist hier eine bessere Detektive als ich? Was ist denn los? Was sind Befragungen? What the fuck? Oh, genau. Lasst uns mit ihnen sprechen. Fucking genius. Du bist so lautmauk. Aber wie haben wir mit ihnen gesprochen? Ich glaube, sie werden zu viel will, was mit mir mit mir zu begeben. Ich habe das Club nur recently gebrochen, damit sie mich nicht vertrauen. Und du bist eine totaler Außerung, Yuma. Ich könnte mich wohl als jemand verkleiden. Selbst wenn du dein Kleid als eine kürte Frau gerade jetzt. Das ist es! Ein Kleid! Vielleicht könnte das funktionieren, wenn wir Desuhikos Befragungen benutzen. Er könnte uns als eine von den Mädchen befragen und sie zu questionen. Die Befragungsgeber? Oh, sie sind schon hier. Die Frau? Sie war derjenige, mit dem Yomi-Gang. Ja, ja, irgendwie. Irgendwas mit Elektro als Nachnamen. Das habe ich mir nur gemerkt, weil ich das so einen guten Namen fand. Ich bin der Amaterasu-Pieceskeeper-Visdirektor. Die vertrautete Hand, die mit Liebe von Dir. Yomi selbst. Martina Elektro. Martina Elektro. Ja, indeed. Oh Gott, ich bin sicher. Du hast sicher etwas schreckliches gemacht, diese Zeit. Oh Gott. Und bitte die Amaterasu-Korporation für die Merke. Geh sie weg. Hey, was geht's? Bitte, warte! Wollen Sie sicher, dass Sie versuchen, die Amaterasu-Peacekeeper-Vice-Direktor Martina zu stoppen? Ja, sag mir, warum hast du Kurumi? Wegen des Verdachts. Was? Warum würde ich das tun? Aus Rache. Das ist halt immer noch Blödsinn. Weil beide aus der Weinflasche getrunken haben. Gut, das gilt für alle. Dann hätten wohl beide sterben müssen. Hm. Wenn du eine Weinflasche holen möchtest, hast du besser eine Logik zurückgebracht. Kann es sein, dass ich irgendwas falsch verstehe mit der Weinflasche und dass doch nicht beide was getrunken haben? Was haben doch beide was getrunken, oder? Ich hab's vielleicht... Weil irgendwie behaupten alle Leute, dass der Wein hätte vergiftet werden können, also der Fake Wein. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Hm. Es gibt eine Warnung auf der Bottle. Dieses Chemikalier reagieren wird zu Oxygen und zu öffnen Luft. Das macht es harmlos, 30 Minuten nachdem die Bottle unseilt wird. Hm. Hä? Nach 30 Minuten wird es harmlos? Ja, das hätte halt dann also nicht vor dem Anfang des Theaterstücks passieren können, weil das Theaterstück ging zu dem Zeitpunkt bereits über 45 Minuten auf jeden Fall. Vielleicht auch anderthalb Stunden, ich bin mir nicht sicher, wie ich die 15 Minuten dann 30 Minuten nach 45 Minuten später zu verstehen habe, also ob das wirklich einfach jedes Mal längere Abstände wurden oder ob das insgesamt jedes Mal nur 15 Minuten mehr wurden. Ich weiß nicht. Aber ja, ich denke, darauf will ich hinaus. Was bedeuten würde, dass die einzige mögliche Täterin die eine gewesen sein könnte, die hier reingeschlichen ist? Ja, natürlich. Ja, danke für den wichtigen Kommentar, wie immer. Ähm, ich bin gespannt, was auf der Bottle Warnungslabel geschrieben wird. Warnungslabel? Ich... Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Es sind auch 30 Minuten vor dem Mord vergangen. Hm. Einfach mal kurz probieren. Nom, nom, nom. Ja, aber trotzdem denke ich dann auch, dass die reingeschlichen ist. Das müsste ja auch ein Red Herring sein. Das sind ziemlich viele Red Herrings. Das können nicht alle nur ein Red Herring sein. Hm. Hm. Das bedeutet, dass der Krieg nur für jemanden bei der Schule mit dem Chemistische-Lab zu haben. Aber dieses Fakt ist nicht zu verhindern, dass sie der Körner sein wird. Hm, doch. Ich glaube, sie war die ganze Zeit hier, oder nicht? Warte, nein! Warte, nein! Warte, nein! Warte, nein! Warte, nein! Wenn du es nicht schlafen hast, warte, bevor es riecht. Korpsen so schnell so schnell verbringt, wegen der Kärn und der Humidität in dieser Stadt. Ja, das wurde jetzt schon öfter erwähnen, ne? War ja auch bei der Leiche die draußen lag, die Begründung, wobei das da mehr Sinn ergeben hat, also bei der Selbstmordleiche von vor sechs Monaten, da wurde das ja auch extra angesprochen. Warte, es muss ein Fehler sein! Es war nicht ich! Vielleicht wollen sie das deswegen so schnell immer klären. Wobei es dem im ersten Fall irgendwie nicht so wichtig war mit der Leiche im Urturm, die wurde irgendwie nicht davongeschafft direkt. Ja, ich mag, ich mag Logik. Okay, vielleicht solltest du aber mal versuchen logisch zu handeln und deine Fresse halten. Okay. Huh? Okay, okay, sieh mal, sieh mal keine Logik. Ich nehme das zurück. She's so horny for mysteries right now. Oh, what's with her? I guess all the Peacekeeper higher-ups are perverts without exception. Now, my soft and fragile-looking student, your play-acting as a detective is over. Play-acting? If you intend to continue interfering with our justice, then you will be pulverized. Help me, Yuma! Hm? Yuma? I've heard that name somewhere. Whoopsala! No, never mind. I don't know a little girl like you. Guter, guter Punkt. Like a little girl like you. Hey, Detective? She's right. What am I doing? I've mistaken Detectives for Superheroes. Justice is a matter of opinion. With enough conviction, anything can be considered justice. It's only an assumption, completely worthless and completely powerless. Hey, I told you all students must wait on the lower level. Halt die Klappe. Ich bin noch am ermitteln. Ich bin Detektiv. Na gut, nein, nicht. Kurumi was taken away. What should I do? Do I just walk away as if nothing happened? Oh, I can't do that. What? Kurumi believed in me. She said that Detectives are heroes. I'm no hero. But I'm the only one who can save her right now. I have to do something. The truth is still hidden. To discover the truth behind this case. And to find out who the real killer is. I need Desuhiko's help. I need his disguiseability to get information from the club members. Also gut, ähm, so ungern ich das mache, aber frage ich ihn nochmal. Oh, du bist die Klappe, die mit Kurumi war. Ja, genau. Was machst du hier? Wenn du nicht unterhalb gehst, werden sie dich schockt. Ja. Aber ich muss mit, mit der Lehrerin da drüber reden. Oh, du bist right, ich werde gleich da sein, also geh auf, ohne mich. Du bist sicher? Well, I was curious. Are all the other theater club members also underground? Like Yoshiko, Waruna, and Kurone too? Yeah, that's right. Yoshiko is feeling pretty shocked right now. She's in the rest area because she wants to be alone. Waruna is with her usual friend group in the makeup room. As for Kurone, maybe she's in the staff room with the other club members. Ah, got it. Thanks. I'll be going now. Also doch ganz gut aufgeteilt gerade. Aber ich, ich brauche jetzt mal kurz was. Teacher? I'm sorry, my student is distressed. So please excuse us for a moment. You okay, Yuma? Die Lehrerin hat übrigens auch einen echt hässlichen Sprite. Also es gibt schon einige sehr hässliche Sprites irgendwie in diesem Kapitel. Die sehen irgendwie, die sehen irgendwie KI-generiert aus. Diese sehr, diese sehr dicken, verschwommenen Outlines. I don't know. Die haben irgendwie was von KI-generierten Bildern. Von Schlecht-generierten Bildern. Are you serious? What are you going to do? Tesuhiko, can you lend me a hand investigating this case? Don't tell me you want to keep investigating behind the peacekeepers' backs. Natürlich doch, das ist mein Ding. Das habe ich immer gemacht bisher. I know it's reckless. The Chief even told me not to, but this is something I have to do. You gotta save the woman you love, right? I totally get it. No, it's not like I love... My man. Usually I'd help you out of sheer respect alone, but those bastards question me already, so I can't move from this spot. Couldn't you make up an excuse to leave? Aren't you good at that? Yeah, probably could, but I couldn't stay away for too long. Maybe I could slip out and disguise, but that'll put them on high alert and make the investigation tougher. Alright, then what should I do? There's another solution. I'll disguise you, so you can keep on investigating. Ja, bitte. You want me to keep investigating and discuss... Yeah, I'll give you a voice changer too. I'll leave this to you. Also, ich habe gerade noch gar keinen Stimmverzerrat, deswegen konnte ich das nicht. Das ist nochmal abseits davon. But, if this goes on for much longer, we'll both be in trouble. What? Really? It puts a huge strain on my body. Ja, wir haben wieder ein knappes Zeitlimit, wie am letzten Mal auch. Are you okay? Not really. But, I gotta do this. It's all to save the love of your life. I mean, this saying I love her is a bit extreme, but... Besides, I'm a master detective of the WDO. I've seen plenty of dangerous situations. Ich kann nur keine Leichen sehen. So, who do you want to disguise, Sass? Tell me. Ja, ist nur eine gute Frage. Weil, egal wen ich wähle, die Person kann ich jeweils nicht befragen. Das macht es halt wirklich schwierig. Gibt es nicht noch irgendeine andere Person, die ich stattdessen nehmen kann? Wie wäre es damit? Obwohl, die haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass Kurumi mitgenommen wurde, hat sich herumgesprochen. Denke ich? Ich weiß nicht, weil das wäre sonst halt die beste Idee meiner Meinung nach vorbei. Sie hat ja selbst gesagt, dass sie neu ist und man vertraut ihr wahrscheinlich noch nicht. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich nehme Yoshiko. Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil ich wollte Yoshiko befragen. So, du willst dich der Startkandidat des Theaterklubs sein? Sie ist bekannt, dass sie eine Ehre-Studie sein, oder? Also, du wirst alles über sie sein. Warum denkst du, dass ich sie in der Schule wollte? Once I've seen the face, I never forget it. Just leave it to me. Entschuldigung, sie hat gesagt, dass sie nicht gut fühlt. Kann ich sie in der Restruhe? Ich bin sorry, wir werden gleich wieder zurück. Warum ist das eine Entscheidung, die ich treffen muss? Ich denke halt, sie ist so offensichtlich verdächtig, dadurch, dass sie irgendwann erst später im Stück reingeschlichen ist, dass sie in Red Herring sein muss. Ich glaube, deswegen dachte ich, es gibt sie lieber. Ich weiß nicht. Oh, also, nur ein Hinweis. Äh, zu touchen deine eigenen Blüten, wird nicht gut oder nichts. Oh, okay. Ich werde sie nicht touchen. Heißt das, du hast das probiert? Wir sehen uns über das. Pervertierte Detektiv. Und warum nicht? Wie funktioniert das? Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt! Yoshiko ist, dass alle sehr gut von allen gespektet wurden. Ich hoffe, dass ich die Informationen aus verschiedenen Theatern ausfügt kann. Aber ich hätte besser bemerkt, dass ich den realen Yoshiko bemerke. Ich glaube, Yoshiko ist in der Restruhe. In Warunas, der Make-up-ROOM. Kurune sollte in der Staff-ROOM sein. so dann gehen wir direkt würde ich sagen also ich weiß nur nicht ganz was dann passieren wird aber ich wollte gerne wusste die unteren tage überhaupt ist da die untere tasche bitte sehr freundlich mit dir reden was gibt es was von mir die friedenswächte haben gerade nach mir gerufen kann es bis später warten ich glaube sie will nicht reden ja das merke ich aber wir haben die punkt bekommen und das ist das wichtigste ich habe mir werde ich habe im letzten mystery labyrinth gar nicht meine skill punkte verteilt habe ich komplett vergessen kann ich das hier machen moment jetzt wo ich gerade drüber nachdenke ich kann schon ich kann meine ausdauer höhen das bringt ja gar nichts also das ist das macht gegebenenfalls noch anstrengender wenn ich länger warten muss ich weiß nicht ja nämlich hier ich habe so viele punkte ja schur ist es aus auch über die ausdauer nein wofür bisher überhaupt nicht notwendig eigentlich alles nicht notwendig was für assistiert auch schon das gab es ja ich konnte irgendwie als fähigkeit einsetzen das habe ich gar nicht genutzt vielleicht beim nächsten mal man weiß es nicht ich kann einfach ich mache einfach alle lösungsschlüssel weg weil das ist mir viel zu schwer nachzudenken ich hasse nachdenken warum sind das vor allem so also ich habe ja wirklich ich kann so gut wie jetzt schon alles kaufen alles jetzt schon so gut wie kam ich kann jetzt schon so gut wie alles kaufen ja oder was sequenz die anzahlfarbige wörter oh mein gott oh mein gott ich kann das einfach komplett kaputt machen das spiel ist jetzt schon viel zu einfach was die komischen schwertkampf sequenz angeht sie gehen mir nur auf die nerven und ich kann die einfach so sehr kaputt machen das einfach nichts mehr übrig bleibt das ist ziemlich in zehn das ist ziemlich ziemlich in zehn ich mag schon wie es beim nächsten mal jetzt aussehen wird hallo hier zieht sich ja zum glück gerade niemand um so schön dass gerade ihr spinn sehr sehr raus steht an die da hinten sind noch zwei andere die rausstechen wahrscheinlich sind dass die von anderen beiden charakteren es ist für die investigation gibt mir ein break ja ich hoffe es wird nicht ein hobby das skripte und make-up-item sind gemütlich gelegt da hinten steht ein glas rum da hinten steht ein glas auf der dritte ist das gleiche wie es für die spiel was ist das hier passiert die violence of feelings even destroys the force as well as feeling was was ist das nicht es ist sehr verschwommen man hat sich gelesen es ist ein foto auf dem back of the door es ist ein zwei-schot-foto von yoshiko und another girl wearing this school's uniform ist das eiko vielleicht ist es eiko und das ist es für die things of note in this locker kann ich mir die anderen auch angucken ist das ist das egal ja ok ich kann mir die echt nicht angucken davon ging ich aus oh mein gott ihr gesicht ist auch oh mein gott ah was ok also hat sie schon mal andere spinnte geöffnet scheinbar so zumiless klang es jetzt so vielleicht auch nicht vielleicht vielleicht auch nicht aber ähm hi you managed it well huh what do you mean you're getting good at playing dumb too are you practicing for the peacekeepers you really are the top actress after all are you talking about what just happened you really want to say that so loudly don't worry i know how to keep a secret she seems to believe yoshiko is the culprit from the way she's talking is there something about yoshiko that makes her think that okay do you have a moment okay do you have a good talk about what happened um yoshiko hmmm what's wrong i'm sorry it's nothing excuse me she suddenly fell quiet i guess i shouldn't question her anymore she looked like she wanted to say something but maybe it's something she can't see yoshiko ich muss doch nochmal die charaktere wechseln können oder maybe she'll talk if i'm disguised as someone else it's not a whisper hey it's yoshiko what's wrong oh it's nothing what's going on is there something they don't want yoshiko to hear so klingt es zumindest alle haben geheimnis vor yoshiko vielleicht nach all dem weiß ich nicht ob ich jemals wieder so auf die bühne gehen kann wie vorher ich habe solche angst das tut mir sehr weil was haben wir hier maske okay da können wir auch noch rein ohne probleme bei dem letzten raum habe ich dann ein bisschen sorgen ob es gute idee ist reinzugehen oder ob dann das raum zeitcontinuum zusammenbricht oder so können wir ein bisschen Zeit haben allein für ein bisschen um about what happened how could you show your face here after murdering karen huh you're not supposed to be here listen the peacekeepers are everywhere so stay away from me got it murderers should just wait who are you calling a murderer enough I have nothing to say to you shut up and get out of here ja anscheinend ist das auch für die anderen die hauptverdächtige vielleicht tun sie nur so vielleicht denken sie das wirklich ja wir wissen alle warum sie das denkt war also ich bitte euch das doch ist ja wohl offensichtlich warum das leute denken können und jetzt okay hier ist auch noch was drin sorry ich gehe noch mal hier rein hier gab es noch gespräche die vielleicht noch mal mitnehmen wenn ich nicht ich bin so ich bin So zur Abwechslung. Hey, wenn du dich von oben angeschaut warst, bedeutet das, dass du mit Körnay auf den Lichtern warst? Ich war. Warum hast du mich das jetzt gefragt? Dann sag mir, hat Körnay was anderes gemacht während der Performance? Hat sie was schrecklich gemacht oder was aus der Ordnung gemacht? Nein. Sie war die gleiche, unfriendliche Körnay. Also hast du kein Gift von oben in das Glas geworfen oder so? Sie kam zu der Körnay vor der Performance und war da die ganze Zeit, bis das Erkrank kam. Wenn sie nichts aus der Ordnung gemacht hat, hätte ich sofort bemerkt. Lichter braucht perfekte Teamwork. Aber ehrlich gesagt, es fühlt sich wirklich zufrieden, zu sein, um sie zu sein zu sein. Ich wünschte, dass du an den Lichtern warst, Yoshiko. Insofern, was hast du gefragt? Oh, keine Grund. Ja, ich weiß nicht. Wenn du das sagst, Lichttechnikerin, dann glaube ich dir das wohl. Erinnerst du die Duellen von körnete Körnay? Wo sie die Körnay? Könntest du das von oben sehen? Ja, natürlich. Obwohl die Zuschauer nicht mehr, ich kann sehen, dass ich ihre Hände von oben sehen kann. Als Teil der Lichtergruppe, das war meine wichtigste Szene. Also wäre es ein Problem gewesen, wenn ich nicht mehr konnte. Möchtlich wichtig? Yoshiko! Nein, ich habe Amnesie. Es ist die Szene, wo wir die Spottlicht auf die Schleifte nach der Schleifte. Oh, genau. Das... Wie soll es das wieder gehen? Es ist die Präsentation, wo wir zwei Spottlichten benutzen. Körnay postet die Spottlicht auf einer der Schleifte erst, und dann habe ich sofort eine andere Spottlicht aufgenommen. Warst du... nicht zu sehen? Ich war! Ich habe gerade erinnern, du hast einen tollen Job mit den Lichtern gemacht. Wow! Lichttechnikerin, du bist ja ein bisschen suspekt, aber aus ganz anderen Gründen. Sehr suspekt. Ich bin ein bisschen gestresst heute, okay? Beide Mitglieder des Beleuchtungsteams konnten sehen, wie die Gläser durchgemischt wurden. Ja. Das heißt, du hast alles gesehen. Vielleicht aber nicht unbedingt alles gemerkt. Das ist halt so die Frage natürlich, aber vor allem, ähm, da ihr beide die ganze Zeit oben wart, könnt ihr nicht das Gift wohl in das Glas gemacht haben? Oder wohin auch immer ihr das Gift so gemacht haben könntet? Ach, ich bin ja gar nicht hier. Ich bin gar nicht da. Ich habe mich versteckt. John? Oh! Oh, es ist nur eine Wasserguss. Es ist ein Knochen drauf, um Wasser zu erzeugen. Das ist die Proppe, die wir in unserer vorherigen Performance benutzen hatten. Du hast einen wunderbaren Job gemacht. Danke! Ja, ich weiß, wo es ist. Ein Knochen? Du meinst für die Stage? In meinem Schließfach. Ja. Vielleicht habe ich es auch einfach noch vergessen. Vielleicht habe ich es auch einfach noch vergessen. Die Voraussetzungen übernommen, aber ihre hohe Stange baut so leicht. Also, letzte Mal haben Sie für andere, auch noch die Backups. Oh, richtig! Due Backups waren auf der Proppe, aber es gibt nur noch einen von ihnen. Oh, wie könnte es gehen? Ja, ich glaube, das haben wir gut kombiniert. Ich bin ganz ohne meine Hilfe. Ich wollte dich fragen, ob du die Gläser auf dem Stadion setzt. Ja, ich war. Hatte du etwas strange mit den Gläser in der Zeit? Nein, sie waren schmerzhaft. Wir können nichts mit den Gläser, die unsere Akteure benutzen. Ich verstehe. Danke. Danke. Du bist in charge des... ...Kostüme? Du schaffst, das ist die erste Mal, die wir uns getroffen haben. Erinnerst du mich nicht? Erinnerst du mich nicht? Na, die Leute kenne mich immer die Ghost-Member. Ich bin hier jeden Tag, aber niemand merken mich. Na, ich bin nicht so schlecht wie Kurane. Aber sie ist sehr gut, wenn sie auf der Stelle steht. Wird es, dass sie eine bestimmte Weise actieren, damit sie nicht auf der Stelle standen? Was denkst du, Yoshiko? Uh, ich bin nicht so sicher. Aber... Sie ist ziemlich kalt. Vielleicht hat sie kein gutes Verhältnis zu irgendjemandem. So wirkt es gerade eher. Das sollte genug sein. Oh, ich denke, das ist all die Informationen, die wir sammeln können, während sie als Yoshiko besitzen. Leute betrachten Yoshiko genau wie sie verraten wurde. Alle, die um sie herum ist, scheint sie zu vertrauen. Also, alle um sie herum, im Sinne von die in ihrem Raum. Ja, und die Lichttechnikerin halt. Ja, das stimme ich zu. Aber so in den anderen Räumen, ja, schon eher weniger, ne? Das being said, Warona and Kurane seem to think, Yoshiko is the culprit. Do they think she poison a rival to eliminate the competition? But I don't see her as someone who could kill. There was no info tying her to the murder either. I think I need to disguise myself as another club member and gather more information. What do you need to drag, are you? I don't think you need to win any races. Mhm, was denn für ein Rennen? Was, was war das für ein Witz? Den verstehe ich aber gar nicht. Teacher? Mir geht's schon wieder schlecht. Ich bring's mich zurück zur Toilette. You look pale. I'm sorry, but my student appears to be feeling rather anxious. Gibt ganz schön viele Schülerin, die ganz schön viel Angst haben. Gibt ganz schön viele Schülerin, die ganz schön viel Angst haben. Dann machen wir doch weiter mit... ...weiß nicht. Machen wir mit ihr weiter. Ich will dich als Kurane. Kannst du das tun? Kurane? Äh... Hold on. Ich reviewe mein mental-high-school-girl-Album right now. Vielen Dank, vielen Dank. Bitte mach Schala. Ja. Okay, I don't care. Ich bin glücklich mit nur über jemandem. Er würde wahrscheinlich genießen, mit einem Deadball getroffen, wenn der Pitcher eine Mädchen wäre. Okay. Let's starten. Dann kommt auch mit Waruna... Waruna... Waruna reden? Kurane ist Lieblingsleader. Sie ist vor kurzem in den Heavy Metal Chore eingetreten und freut sich auf eine vorstehende Veröffentlichung des Death Metal Chores. Wow. Okay. Ähm... Was hab ich nicht erwartet? Dass... Dass das nochmal aufkommen würde. Haha. Alright. Das ist perfekt. In fact... In fact... I'd totally bang you right now. Oh. If you're okay... Okay, bye. Hold on. That's completely out of line. I'm a superstar detective. Social norms don't apply to me. I refuse to hold myself back. But... Oh... You can save the fun for later. Also... Ich würde es schon mit mir. Okay. Also. Gut. Kurane is off in line. I wonder if I can get any information from the others. Anyway... I better make sure I don't run into the real Kurane. Äh... Yoshiko is in the rest area. Waruna the make-up. Ja. Ich war gerade erst da. Ist noch nicht so lange her. Machen wir den ganzen Spaß nochmal. Ein bisschen umständlich finde ich, dass es so aufgeteilt wurde. Aber... Na gut. Na gut. Na gut. Trotzdem an sich konzeptuell ganz cool. Und ich hoffe, dass jetzt... Waruna... Ich weiß nicht, heißt sie so? Waruna? Ich hoffe, dass ihr jetzt mit uns redet jedenfalls. Hi. Ähm... Ah! Oh! Sorry, wenn ich dich schraue. Ich will darüber sprechen, was passiert. Hm. Yoshiko? Hm. She won't even look at me. Maybe she's still in shock from the incident? Or... Does she treat Kurane like this all the time? Hey, Yoshiko. Can we talk? Absolutly not. I will not speak to you. I told you, it'd be this way. Oh, du wusstest, dass ich sterben würde, oder was? Hm? As I've said before. I refuse to even look at you. Please. Go away. She really hates Kurane. Is there a reason why? I better leave for now. Ciao. That was close. I almost ran to Kurane. But I need to check inside. I'll just wait for her to leave. Awww, I wish this would end soon. Do you want something? I'm busy right now. She's so cold. She refuses to speak to Kurane. Oh, hello Kurane. Is there something the matter? Huh. She's actually willing to talk. Maybe she's on good terms with Kurane. Okay, klang nicht so beim nächsten Mal. I was investigating, was just happened. You mean to practice for a role? You did say you wish to play a detective someday. That's amazing, Kurane. You truly are a Thespian. Right. So, there's something that's bothering me. What is it? I just handle the costumes, but is there something you want to know about them? Maybe you think the actors on stage could have hidden poison in their costumes. No, sorry. That'd be impossible. Why do you say that? Because I reviewed both costumes and the wings right before the performance started. If they were carrying anything, I would have noticed then. But what about after you checked? Like if they'd gone to the restroom or somewhere else. Then I would check again. Besides, both of them were in the wings the whole time. Oh, really? Though they were performing the whole time. So I haven't checked their costumes since the play began. In dem Fall never mind. In dem Fall. Well, if they were here the whole time, couldn't go grab the poison. If that's the case, it would have been difficult for Warana or Karin to bring poison on stage. Vielleicht haben wir... Also... Ich weiß nicht, wer sind wir nochmal? Ich kann mir die Namen nicht merken. Yoshiko? Nein. Doch, Yoshiko. Nein, ich bin nicht Yoshiko. Ich bin sehr verwehrt. Lass mich in Ruhe. Einen Moment. Ah. Taking advantage of a high school girl. You've really hit rock bottom. Well... Will you help me? I wanted to have a little chat with you too. Zummer. Ich hab lange auf euch aufgepasst. Wobei soll ich dir helfen überhaupt? Aber schon hol mich später im Personalraum ab. Ich hab... Well... I'll help out later. So, can you grab me from the staff room? Later? When? Count two, one hundred in your head. I'll be done with what I need to do by then. Das ist äh... Wie schnell zählt die? Well... I'll start counting now. One... Two.... Los, 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 los. 100 ist gar nicht mal so viel. Ich habe gerade gar nicht verstanden, was abgeht. Ich war noch in meinen Gedanken darüber, wer ich überhaupt bin. Genau, ich bin gerade Kurane. Gut, dann ist es richtig. Dann ist Yoshiko die andere, ne? Die Yoshiko ist die, die irgendwann im Stück reingelaufen ist. Genau. Vielleicht hat Yoshiko das Gift hinter die Bühne gebracht, irgendwann mit einem Stück. Aber sie war trotzdem nicht diejenige, die das Gift hinterher in das Glas gemischt hat. Das ist trotzdem irgendwann auf der Bühne passiert. I don't know. Ich hätte besser die Stärkung, wenn ich kann. Hey, es ist so gut. Hey, es ist so gut. Hey, hast du einen Moment? Nein. Du kannst mich hören, kannst du nicht? Sie hat mich ignoriert. Ich glaube, sie wird nicht sprechen. Oh, Kurney. Wann hast du hier? Also, ich war gerade noch hier und bin kurz rausgegangen und bin wieder reingekommen, wie du hättest merken müssen, von deiner Position aus. Danke für was du gemacht hast. Für was, wieder? Du wißt du, wie du mich inspiriert hast, mit der Präsentation auf der Bühne. Oh, für... 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 ... für... ... für... ... 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 darüber ... If they want to distort the truth, then as a detective, I can't let it slide. Hmph. And that's how you see it? Then you're already a hero, Yuma. There's still time if you hurry. Go and seek the truth that hasn't reared its head yet. But how? The guy snooping around about the first incident is a chubby peacekeeper. Get information out of him and figure out what they're trying to suppress. They won't tell me so easily. Hey, hold on. There is one way to close it. That's it. I can give that information if I'm disguised as Martina, the vice director of the peacekeepers. It looks like you now understand the power of disguises. Well then, let's get started. On second thought. Sorry. I don't have any energy left to disguise you. Huh? I think I'll recover if I take a nap. Mach ma, mach ma. What do I do? There's no time to wait for Desuhiko. Kann ich jetzt vielleicht seine, ähm, seine Fähigkeit klauen? Das muss ich doch, hab ich doch noch gar nicht getan bisher. Vielleicht halt, ich müsste das am Anfang machen direkt. But I can't force Desuhiko to do a half-hearted disguise. It'd be way too dangerous with the peacekeepers. What am I supposed to do? Ah, come on. Ja, danke. Hab's nicht vergessen. Don't yell out of nowhere, the peacekeepers will find us. Hey, Desuhiko. Can you lend me a hand for a little while? L-lend a hand? Yeah, I just need you to hold my hand for a bit. Are you serious? But right now, you're disguised as a girl. Ja, solltest dir doch gefallen, oder nicht? What if I start to have feelings? Ja, das ist dann dein Problem, tu mei leid. Now is not the time for jokes. Hurry, please. Das war kein Witz. Jeez, what's going on? What is this weird feeling? Is this love? No, it's a long story, but it's the forte I gained in exchange for my memories. Just holding hands will allow me to use another person's forte. Are you serious? You actually have a forte? Hey, let me borrow your disguise tools. Na gut. Wow, that's the perfect disguise. Did you really do this, Yuma? You never told me you had such an amazing power. I'm surprised there was a peacekeeper uniform in your bag. You're so prepared, Desuhiko. Wait, but... We're holding hands. How did you put your arm through the sleeve? Anyway, the disguise is over. Wie? Gute, gute Frage. You said a chubby peacekeeper was investigating the past incident? I'm going to go talk to him. And with that perfect disguise, there's so much more you can do. Right, you stay here and rest. Genau, I think I'm going to go talk to him. I'm going to go talk to him. I'm going to go talk to him. Martina, is it time for my punishment? Punishment? Anyway, were you the one investigating the Ico case, Haffi Yarg? Yes, that's correct. Is it time for my punishment? Was is denn deine Bestrafung, was is denn los mit dir? I'm here to confirm a few things. Will der bestraft werden, steht da drauf? Was ist der Punkt? Das ist schon besser. Ich meine, das haben wir schon gesehen, aber ich sehe jetzt auch nichts spannendes hier, was uns unbedingt weiterhelfen würde, wahrscheinlich. Ich glaube, da sind vielleicht Fußspuren unten, aber vielleicht auch nicht. Also zumindest etwas, was Teile von Fußspuren sein können, aber nicht wirklich so ganz. I don't know. Da sind Schuhe. Die Schuhe sind ziemlich schlammig, so als wäre sie vorher im Schlamm gewesen. Das ist der Punkt. Aber sie könnte auch vorher woanders im Schlamm gewesen sein. Wer hat erst das Körper gefunden? Mal sehen, es war ein Schuhe, aber noch ein Schuhe, aber noch ein Schuhe. Vielleicht habe ich mir über die Fußspuren auch schon eingebildet. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Fußspuren sein sollten überhaupt. Cotton? Sie hörte, dass sie etwas fallen, und ging um das Blutbett zu checken. Da hat sie Aiko auf dem Boden gefunden. Das ist, was sie testierte. Aiko war die Star der Theaterclub, aber wahrscheinlich hat sie sich über ihre Zukunft geimpft. Und übrigens, das ist das letzte Foto von Aiko, bevor sie zuhause. Also, das ist Aiko. Das gehört zusammen. Ich verstehe. Danke für das Report. Weiter geht's. Ja, Frau. Oh, aber... Was ist das mit meinen Verletzungen? Ähm... Geh weg! Ja! Was ist das mit dem Verletzungen? Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe. Ähm... Aber ich glaube, ich möchte auch gar keinen Anspruch darauf unbedingt. Also, ich glaube, ich habe... Ich habe... Verstanden. Eigentlich habe ich verstanden, glaube ich. Wo geht es? Haha... Hey, w-w-w-what are you doing? Ist das jetzt meine Bestrafung? Weiß ja nicht. Ah, wir gehen noch zum Chemie-Laborner. Oh, warte. Das Chemie-Lab. Ja, das dem hatten wir. Vielen Dank dafür. Das ist richtig. Die Paule von Pohlen, die benutzt und der Verletzungen gefunden wurde. Ha! Well, ich bin hier irgendwie. Anyway, might as well check it out. If we use this... Their eyedropper is used in the lab. But these look new. Oh! Ich werde da niemals drauf gekommen von selbst. Ich finde das richtig lustig. Ich wusste gar nicht, dass Pipette... Gibt es kein anderes Wort für Pipette im Englischen. Heißt es wirklich nur eyedroppers. Weil ich wäre da sonst nie drauf gekommen. Dass es dann eine Verbindung gibt zu den Augentropfen, die wir irgendwo gefunden haben. Wer hat denn die Augentropfen? Wer hatte die Augentropfen im... Im... Im Spind? Habe ich das bekommen als Lösungsschlüssel? Ein Moment. Aha, ich kann nicht die richtigen Tasten drücken, leider. Spind. Spind, spinn, 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 spinn. Ich wüsste nicht, wie es heißt halt vor allem. Ich glaube, wir haben... Wir müssen dafür doch, wenn dann aber... An's bekommen, wenn es relevant ist. Wasserpistole... Es könnte in die... Es könnte in die Wasserpistole gepackt worden sein, das Gift. Das Gift wurde in die Wasserpistole gepackt und von irgendwo... Ins Glas geschossen. Es wurde ins fucking Glas geschossen. Ja. Klar, was sonst? Aber ich will immer noch wissen, wo die Pipetten waren. Ich könnte im Video unter anderem nachgucken, aber ich finde den Hinweis hier nicht. Ich glaube, wir haben dafür keinen Hinweis, aber... Ja, irgendjemand hat auf jeden Fall Augentropfen... Und hat anscheinend oft Augentropfen benutzt. Die scheine nämlich nicht benutzt worden zu sein. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass diese Person ihre eigenen Augentropfteile verwendet hat. Ihre eigenen Pipetten halt. Vielleicht. Das ist... Die Bottle von Pistole, die von den Kriegern herausgefunden wurde, die für den Mörder verwendet wurde. Sie haben es für die Untersuchung genommen genommen. Haben sie es zurückgebracht, weil sie fertig waren? Der Report hat gesagt, dass die Bottle von Lid ungekackt wurde. Oder Kurana oder... Karuna? Karuna ist der Name, ne? Ich glaube, die hat die Augen tropfen. Oh, ist zu tief, um zu schnell zu entdecken. Das nehmen wir in die Theaterhalle, würde die Aufmerksamkeit verwendet. Wenn das so ist, dann werden die Komponenten in einen anderen Komponenten verwendet. Ich weiß. Oho, guck mal. Ja, das dachte ich mir jetzt eigentlich schon von Anfang an. Das ist schon ein bisschen lustig. Okay, Konzept ist ein bisschen lustig, dass es so ein riesiger Behälter mit diesem Gift ist, was nur einmal geöffnet werden kann und 30 Minuten ist es komplett nutzlos. Das heißt, der Gedanke ist, dass man diesen ganzen riesigen 5 oder 10 Liter Behälter oder sonst was, keine Ahnung, ich kann nicht gut schätzen, dass man diesen ganzen riesigen Giftbehälter einfach in einem Rutsch aufbraucht. Danach ist er nützlos. Das ergibt gar keinen Sinn, aber in Ordnung. Ich weiß, dass der Punkt war, der muss so groß sein, weil den hätte man nicht einfach so, ja, unbemerkt hinter die Bühne schleppen können und wieder zurück. Das ist nämlich wahr, aber es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Das ist ein Pinsel. Warte. Warte, da ist ein Pinsel neben dem Chemikalbuch. Der Tipp des Pinsel ist weh. Was ist das? Ein Sprecher. War es etwas über unsere Anfassungsbedingungen zu tun? Wenn du mir gesagt hast, würde ich mir selbst verifizieren. Danke für deine Arbeit. Sag mir, hast du die Ergebnisse von Testung für Poison? Ja, wie ich bereits reported. Poison war nur auf der Verkunfts-Glas. Nur auf der Verkunfts-Glas? Was ist das Bottle oder andere Glas? Keine. Keine Tränschen haben sich auf diese. Und, wie du gesagt hast, diese Informationen sind aktuell aus dem Offizil-Report. Ich sehe, gute Arbeit. Poison war nur auf dem Glas? Wie ist das möglich? Es ist wahrscheinlich nicht, dass sie was getrunken hat. Aber es ist ja auch eigentlich relevant dann. Aber es ist sicherlich convenien, dass es nur in einem Glas war. Die Friedenssicherer sagen mir immer alles. Ich sollte dieses Entschuldigung aus dem Beginn nehmen. Vielleicht sollte ich in dieser Form weiterhelfen. Hm. Was anderes sollte ich nachschauen? Jetzt habe ich keine Idee, aber vielleicht hast du noch eine Idee, Shinigami. Ja, anscheinend schon. Warten auf Goku, eines der beliebtesten Schucke, die von dem Theaterclub aufgeführt werden. Die Geschichte dreht sich um die Freunde von jemandem namens Goku. Goku. Hm. Mhm. Okay. Ihr habt seine Rückkehr. Warten. Warum er dieser mysteriöse Goku sein kann, könnte. Ich glaube, ich habe alles in der da schon schon beobachtet. Nein, ich habe alles in der da schon beobachtet. Es waren Locker, die ich noch nicht beobachtet habe. Ja, okay. Jetzt, dass ich als Martina beobachtet bin, kann ich mir alles angucken. Kann ich mir auch nochmal die anderen jetzt bitte angucken, wenn wir das hier mal gerade haben? Was? Ah, ich hasse dich. Na gut, okay. Okay, ich wollte mir nur Karrenschmidt angucken, natürlich. Es ist ein Club-Locker. Cottons Nämtheit. Ja, ich weiß. Ich habe das für die Untersuchung. Entstanden? Huh? Ja. Aha. Da ist ein Buch. Ein Büchlein. Es ist das Skript für das Spiel. Cottons Nämtheit ist auf der Cover. Es wurde ja scheinbar geklaut. Es gibt viele Handwritten-Noten. Ein viel Erfolg wurde sicherlich in das. Hm? Es ist etwas geschrieben in Rot in der Duel-of-Poison-Cupsie. Geh das Glas, das Lichter ist zuerst. Karren muss das geschrieben haben. Die Handwritten ist das gleiche als das andere. Interessant. Ja, das heißt, sie hat von oben beobachtet. Damn, haben die einfach alle zusammengearbeitet. Also so wirkt es ja mittlerweile. Weil es hat ja, ähm... Karren hat ja zuletzt die Gläser vertauscht. Deswegen wäre es natürlich ein Problem gewesen, irgendwie festzustellen, in welcher Reihenfolge sie die tauscht. Und dass sie dann auch das richtige Glas bekommt. Und... Aber... Ja. Aber auf der anderen Seite hat sie das nicht gerade selbst gesagt, dass es Hass ist, dass Waruna die Gläser diesmal langsamer vertauscht hat. War das nicht sie, die das gesagt hat? Ich weiß nicht, das ist alles komisch. Es kommt mir wirklich so vor, als würde alles zusammengearbeitet, aber... Irgendwie funktioniert es halt nicht. Kann ich jetzt noch mit ihr reden? Hast du einen Moment? Bist du derjenige, der Kottens Skript in unsere Lager schockt? Was bist du da? Ich habe eine Beobachtung, von dir, die Kottens Skript nehmen. Bist du etwas schmiedet? Um, nein. Nein. Also, machen wir es doch? Hey, du. Okay, gut. Gute Idee. Nein, nein, nein. Das klingt lächerlich absurd. Es gibt Probleme. Hör einfach nur was ich zu sagen. Ich bin drauf. Oh, da ist etwas in ihr Bücher. Das ist... Ein Buch? Mhm. Ist das ein Buch? Es gibt ein Bücher und ein Bücher im Bücher. Und alle die Artikel sind... Relativ an Ico? Auf einer anderen Seite. Es gibt ein kleines Klippchen von einem Artikel über Ico. Wie viele Artikel kann es über Ico gegeben haben, dass es sich lohnt, ein Buch darüber zu führen? Hat sie alles, was es über Ico gibt? Warte, ist das... Die haben einfach alle dieses Foto und haben sich so ausgerissen, dass nur die beiden drauf sind, weil sie die anderen alle hassen. Hey, wo geht sie? Wo geht sie? Nein. Es ist gut. Hä? Wir... Wirklich? Ja, wir wissen alles, was wir wissen wollten. Also... Nicht wirklich. Aber... Wir haben zumindest irgendwas erfahren. Mehr bekommen wir hier sowieso grad nicht heraus. Nein. Achso, es gibt noch mehr. Soll ich noch mit euch... Kann ich mir noch irgendwas angucken? Ah... Habe ich mir schon anguckt, deswegen ich rede dann noch mit euch anscheinend. Hey. Hm. Hm. Nichts Interessantes. Gibt's denn hier noch was Interessantes? Kann ich mit dir noch mal reden? Nein, kann ich gar nicht mit dir reden. Wie sieht es mit euch aus? Ihr... Seid gar nicht mehr... Ihr seid immer noch am Flüstern. Okay. Ihr guckt euch schon nicht mehr dabei an. Hm. Ist euch was aufgefallen? Offensichtlich nicht. Hm. Hm. Warum bin ich hier? Kann ich mir auch mal die Spiele angucken? Nein. Das Glas. Auf dass das Scheinwerferlich zuerst trifft. Ja, ja. Zeit für einen kleinen Freak. Du? You. Offensichtlich nicht. Warum bin ich noch hier? Hm. Was übersehe ich gerade? Muss ich mir noch die Spinte doch angucken? Okay. Anscheinend schon. Wow. Ich muss das für die Investoren öffnen. Hä? Ja, klar. Warum willst du dir gerade diesen Spiel nochmal angucken? Den hast du dir auch schon mal anguckt. Oh. Genau. Diese Spiegel ist ein Laufen. Ich fühle mich schlecht, wenn jemanden die Spiegel gelten. Aber ich brauche so viele Kluge, wie ich meine Hande aufbauen kann. Du da. Kannst du den Studenten namens Waruna? Huh? Waruna? S-sure. Ja. Ja. Das hat nichts zu tun mit dem, was passiert ist. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Es tut mir leid, aber es könnte leden zu einer Kluge. Ich habe keine Wahl. Das ist wirklich alles. Wow. Das hat sich sehr gelohnt. Das ist wirklich alles. Wow. Das hat sich sehr gelohnt. Also alle von denen mochten sehr gerne Alkohol. Nur den Rest mochten sie nicht. Sie mochten alle nur gerne Alkohol. Ich werde das. Das ist genug in dieser Form. Ich sollte mich an meinem normalen Selbst rechnen. Es wäre wirklich schwerer, um den Mord zu begehen. Aber sie hätten nicht ein gutes Motiv, um miteinander zusammenzuarbeiten. Außer sie haben sich explizit dafür zusammengeschlossen, nur weil sie alle unbedingt Karin umbringen wollten. Ich weiß es nicht. Es ist nur Koersion. Ach. Du bist so naiv. Alles klar. Lass uns zurück in Destohiko gehen. Der erste Fall. Weil es sich halt auch mal auf einen Mord konzentriert. Das heißt, das kann mal ruhig ein bisschen komplexer sein, als es bisher immer so der Fall war. Wo es dann immer so war, dass wir ganz viele einzelne Morde hatten, die eigentlich leicht zu erklären waren. Und das war das große Ganze, was man irgendwie zusammensetzen musste. F Okez-König. Acht einzigartige Aufführungen aus verschiedenen Blickwinkeln, jener Tag. Das klingt großartig. Großartige Ideen, die halbeste Artstück hier ist. Wirklich, wirklich gut. Huh? Oh, hi. Echt Herr Psychos. Bist du jetzt nicht wiederst. Oh. PETERA ZERZNICHT. Das ist schlimm. Eine кому intelligente und sehr intelligente Beutel. Was für die Überraschung. Obwohl es erscheint, dass du nicht in meinen Händen kopierst, was in meinen Händen ist. Lass deine Hände auf! Du musst du die schreckliche Person, die sich rund um die Krimszene wandert. Ich habe Worte von dir geschaut und hier sind wir. Wer bist du? Das ist schlecht. Was mache ich? In diesem Fall werden wir beide von uns getroffen. Es sieht aus, dass du einen Gelegenheit bekommst. Und das ist das, was du bekommst, um die Krimszene wandert. Obwohl, wenn du mich ehrlich entschuldigen möchtest, dann kann ich meine... Ja, was könnte es da tun? Hilfe! Somebody! Was? Was schreitst du denn? Er will alles tun, außer sich bei Stinnigami zu entschuldigen. Was ist... Oh ja, das ist ein Imposter! Sie hat eine Wege! Ja, los geht's! Halt auf! Das ist der Imposter! Was war? Die Wand ist der Imposter? Ich glaube nicht, dass die Wand der Imposter ist. Diese Lehrerin und ich werden die Pläne evakuieren. Eliminieren diese Grenze auf einmal! Hey, was machen wir jetzt? Was hast du denn? Ich dachte nicht so weit vor. Lass uns, ähm... diesen Weg gehen! Die haben hier schon mehr aufgeräumt, als... bei den... ganzen Elimin-Morden. Selbst die... die vor Monaten geschehen sind. ... 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 Oh, thanks Shinigami, you saved me. Don't mention it, I'm compelled to help when people need me. Whoa, what's this? What's going on? Whoops, looks like we got an unwanted straggler in here. Yeah, yeah, davon gehe ich aus. Ja, danke. Die einzige richtige Reaktion. Genau das wollte ich die ganze Zeit tun. Ähm, das befriedigendste, befriedigendste, was sie halt jetzt tun können. Und damit sind wir Mystery Labyrinth. Damit sind wir wieder Mystery Labyrinth. Ähm, aktuell noch eins, was mich vielleicht, äh, was vielleicht gar nicht mal so unnötig sein könnte. Ich weiß es noch nicht. Ich denke nämlich noch jetzt über den Fall nach. Ähm, nachdem ich jetzt gleich schlafen gegangen bin. Wie ich das öfters so tue, nachdem ich aufgenommen habe. Ähm, werde ich wohl noch mal darüber nachdenken vor der nächsten Aufnahme. Und dann werde ich euch bestimmt mal eine große Theorie, äh, mitteilen können. Eine, die euch umwerfen wird. Voll und ganz, ja. Ihr werdet's schon sehen, ihr werdet's schon sehen. Ich werde euch, ich werde euch umwerfen mit meiner Theorie, die zu 100% korrekt sein wird. Natürlich. Vielleicht. Ähm. Aber ja, bisher wird der Fall sehr, sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, worauf es dann hinausläuft. Entweder in meinem Kopf oder im Mystery Labyrinth, je nachdem. Äh, auf jeden Fall freue ich mich nicht. So oder so. Leider trotzdem. Ähm. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. So ist es nicht. So ist es nicht. Ich hoffe, euch hat diese Folge auf jeden Fall halbwegs gefallen. Lasst mir mal gerne einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns im besten Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.